Moin Leute, man ist jetzt lange her, ihr fragt bestimmt warum ich nicht mehr öfter streame oder warum ich lange Pause gemacht habe und 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 ich muss sagen, die ganzen Fragen würde ich lieber im Stream sagen, weil das ist doch sehr viel zu sagen. Ja, ich darf wieder auf YouTube streamen, juhu, seit zwei Wochen glaube und ja, wie gesagt im Stream erkläre ich euch alles, warum, weshalb ich nichts mehr gemacht habe und es tut mir mega leid, dass ihr gewartet habt, dass ich euch versprochen habe, es kommt wieder was und und und, nur ich hab das schwere Zeit durchgemacht und weißt du, man sagt ja immer, als wenn du mit YouTube machen willst und musst ja immer Tag für Tag immer was bringen, dass dein Kanal im Laufen ist und wenn du ja mehrere Monate, Wochen Pause machst, dass das kaputt geht, aber finde ich nicht so, ich sag einfach, ja fang ich neu an und Punkt und ich hab gestern Abend noch, wo ich Bett lag, so viel nachgedacht und ich glaube ich hab auch mega Bock wieder mal zu streamen, beziehungsweise auch mal mit euch zu spielen und zu reden, dass ich auch sage, heute Abend würde ich gerne einen Stream anschmeißen, auf YouTube und auf Twitch, auf beides, also gleichzeitig und mal gucken. Vielleicht macht heute Abend, heute Abend mag ich beides, YouTube und Twitch und ab morgen YouTube, über morgen Twitch oder man muss sich mal gucken. Wie gesagt, es tut mir mega leid und ihr würdet nur auf mich warten oder gucken. Liebe geht an euch raus, danke schön für eure Unterstützung und danke, dass ihr auch hinter mir immer noch steht. Ich sag einfach nur, lasst uns neu anfangen und ja, wie gesagt, hi, ich bin Stevie. Tschüss.